Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten video das ich auf diesem kanal veröffentliche hier möchte ich so ein bisschen zeigen was mich aktuell zum beispiel bewegt oder woran ich gerade arbeite oder sonst irgendwelche spezielle dinge die jetzt halt mal nichts mit sim racing zu tun haben die leute die mich auf youtube kennen kennen mich natürlich aus dem sim racing von gran turismo sport gt7 asetto corsa etc etc wo ich ja schon seit 2018 online bin und ja jetzt habe ich ein neues projekt in angriff genommen den ausbau eines opel combo c jahrgang 2012 1,6 liter motor mit gas und benzin kann der betrieben werden also ziemlich praktische sache auch ein bisschen kleine nachteile erdgas gibt es nicht überall aber ich denke das sollte eigentlich soweit nicht ein großes problem darstellen die idee war ein micro camper zu bauen ich war 2020 mit dem camper mit meiner freundin unterwegs und in italien das war richtig richtig toll hat mir mega gut gefallen und das rumreisen hat mich dann irgendwie so ein bisschen gepackt und letztes jahr 2022 im herbst bin ich mit dem motorrad dann neun tage lang durch die schweiz französische alpen runter nach südfrankreich gefahren und ich bin nach hause gekommen war richtig geflasht und war eine riesen spaß riesenfreude aber immer wieder dieses übernachtungsmöglichkeiten suchen oder man müsste mit dem zelt dann ist wieder das wetter nicht passend und so weiter und so fort und dann kam die idee ich baue mir selbst einen kleinen micro camper sozusagen und ja so nun habe ich angefangen habe den jetzt nach monaten der suche gefunden wie gesagt opel combo c jahrgang 2012 habe ich mit 95.000 kilometern jetzt gekauft kostete mich rund 5300 schweizer franken ist für den momentanen marktpreis ganz okay substanz habe ich den eindruck ist wirklich top kein rost gefunden außer hier oben bei der seitlichen schiebetür da gibt es eine ganz ganz kleine stelle aber die lässt sich ohne weiteres behandeln sonst untenrum alles picobello sauber kein rost und alles in top zustand also von daher denke ich habe ich eine gute basis ja was habe ich bisher gemacht ich habe die ganzen seitenverkleidungen natürlich herausgenommen habe alles gründlich gereinigt herausgesaugt wo es nur ging eine ganz ganz kleine stelle gab es wo es ein wenig schimmel hatte nicht weiter tragisch konnte ich behandeln und entfernen und ja alles gereinigt und geputzt und dann ging es ums ausstopfen der hohlräume in der karosserie und das habe ich mit vier zentimeter dicke hanf matte gemacht hanf isolation bio hanf rein natürliches material keine giftstoffe drin die da ausgasen am anfang müffelt ein klein klein wenig aber finde ich nicht weiter schlimm lieber das als irgendwelche chemikalien die sich dann in die atemwege begeben da bin ich ein bisschen heikel auch das holz ist unbehandelt habe eine unterkonstruktion gebaut da konnte ich dann das tefer drauf montieren während dem bau ist mir dann hier aufgefallen da habe ich dann noch so viel platz hier kommt noch ein kleines gestell rein denn hier kommt die küchenkombination hier kommt der schlafbereich und aufenthaltsbereich und da vorne zu den fahrersitzen hin kommt dann noch stauraum und etwas technik möchte das ganze aber sehr einfach halten die schlafkombination und die küchenkombination soll herausnehmbar sein so dass sich das auto mit wenigen handgriffen wieder zu einem transporter funktionieren kann und wie ich das ganze umgesetzt habe das zeige ich euch jetzt in einem kleinen video ausschnitt mit zwei drei tipps die man nach meiner meinung bei einem ausbau von so einem camper berücksichtigen sollte oder auch handwerker tipps die vielleicht dem einen oder anderen der noch keine übung im handwerken habt hilfreich sein könnten ich hoffe auch dass ich den einen oder anderen inspirieren kann selbst vielleicht so ein projekt anzunehmen man braucht nicht viel ich habe einen akkuschrauber eine stichsäge ein scharfes messer für die matten schneiden es braucht ein paar bohrer ein paar aufsätze für die schraubenköpfe natürlich maßstab maßband auch sehr hilfreich manchmal fast ein bisschen praktischer und ein winkel ja damit kann man eigentlich sich einen camper schon ausbauen und ja ich wünsche euch viel spaß beim zusehen und clip ab so und jetzt um sicher zu gehen damit ich auch das gewinde nicht kaputt machen noch mal neue schraube die hier weg neue schraube und ich werde es jetzt diesmal schlauer machen und zuerst von hand ansetzen nächstes thema schrauben der nachteil ist hier haben wir keinen schaft das heißt das gewinde ist bis zum kopf hin also da dann wirklich darauf achten genügend druck geben dass wir kein keine spauten da haben der vorteil ist bei der schraube mit dem schaft wie ihr hier seht habt es ab hier bis zum kopf kein gewinde der vorteil ist wird das täfe weniger die tendenz haben sich auch wegzudrücken von der montage leiste ein weiterer wichtiger hinweis an der stelle noch achtet bei eurem auto darauf bei meinem auto hier bei dem kombo opel kombo c ist es dass hier dahinter befinden sich die zugänge um die birne der rückleuchten zu ersetzen also guckt darauf täfert das nicht einfach zu wenn ihr sowas macht oder andere verkleidung macht lasst hier immer die option frei ich kann hier dann später werde ich mir was abdeckung bauen die ich dann wegnehmen kann mit ein paar wenigen handgriffen die isolation raus ist ein einzelnes stück der isolation und kann innerhalb von wenigen minuten hier dann die hauptschrauben lösen die rückleuchte ausnehmen und die birnen wechseln falls notwendig ein weiterer tipp wenn ihr bretter schneidet dann ist bei der stichsäge das so dass die zähne nach oben schauen also sprich wenn ihr die schöne seite nach unten habt und die zähne nach oben zeigen quasi dann reisst es nicht die faser aus wir sehen die vorderseite schön hinterseite das holz ausgefranst also wenn irgendwie möglich auf der hinterseite oben sägen dann haben wir einen wunderbaren schönen sauberen schnitt hier habe ich mir Stützen eingebaut und entsprechend das Bodenbrettchen und ihr ahnt es vielleicht schon es geht hier nämlich darum hier kommt die Küchenkombination hin also hier dachte ich mir ich habe so viel Platz noch zur Isolation 4 cm Isolationsmatte kommt dann noch der hinter da mache ich doch gleich noch ein kleines Regal in die Wand hinein da habe ich ein klein wenig Stauraum für wahrscheinlich Gewürze oder sonst was keine Ahnung ich baue alles ohne Plan ich gucke was mich vor Ort jeweils oder während dem Bau in den Sinn kommt was für Möglichkeiten ergeben sich wie muss ich was lösen das entscheide ich jeweils spontan 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.